Der Lokruf Adventskalender Tür 22. Diesmal aus der laufenden Oberliga-Saison. Da kam es zu der Begegnung 1. FC Lok Leipzig gegen RB 2. Und als Ramon Hofmann das 1 zu 0 für die Loksche schoss, flippte das komplette Bruno aus und der Moderator Marco in unverkennbarer Art und Weise zusammen mit Riccardo. Leider haben wir von diesem Spiel nur noch diese Szene mit Musik unterlegt, aber auch das ist hörenswert. Der Lokruf Wettbewerb Der Lokruf Wettbewerb 16, Raubein! Raubein! Wir haben einen neuen Spielschrank. F.C. Nord-Leipzig! 1! F.C. Nord-Leipzig! 1! F.C. Nord-Leipzig! 1! Halt! Blut! Danke! 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 Bitte! 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 Wir werden L.O.H. 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 Stadion! L.O.H. 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 Fradio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. F.C. Lock Leipzig live. Applaus